Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop the Bubble. Diesmal widmen wir uns dem Club Hybrid in Graz. Club Hybrid ist eine Veranstaltung, die sich in den Sommermonaten in Graz manifestiert, und zwar exakt vom 11. Juni bis 15. August 2021. Das Ziel des Club Hybrid ist, in Speckbürtel, in der Peripherie von Graz, Themen der Architektur zu diskutieren, auf theoretischer, auf wissenschaftlicher Ebene, aber auch im Sinne der Vermittlung. Die Initiatoren dieses Projekts sind Heidi Bretterhofer und Michael Rierper. Wir sind gerade das Team von Gestaltung 1 unterwegs, nach Graz und sie fragen sich, was hat die schöne Landschaft jetzt mit der Grazer Vorstadt zu tun. Wir sind ziemlich exakt auf Halbweg zwischen Innsbruck und Graz. Im Hintergrund sehen Sie den Hochkönig im Salzburger Land. Ja, und wir packen jetzt unser Equipment wieder zusammen und begeben uns weiter auf die Fahrt zum Club Hybrid in Graz. Graz angekommen, wo sich der Club Hybrid angesiedelt hat. Mir gegenüber sitzen die beiden Initiatoren des Projektes, die Heidi Bretterhofer und der Michael Rierper. Hallo, willkommen im Pop der Wabbel. Willkommen im Club Hybrid. Okay. Freidienst, dass ihr es da seid. Ich kann nicht steirisch, also ich kann jetzt nicht... Ich kann nicht südtirolerisch. Aber du bist ein Südtiroler? Ich bin eigentlich ein Südtiroler, ja. Okay, ich bin ja auch ein Südtiroler. Na, bitte schön. Ja, nachher... Ich bin jetzt ein Jener. Also, dann läuft es sicher rund. Und ja, ich möchte euch eigentlich fragen, wie kam es zu der Initiative Club Hybrid? Ja, das ganze Unterfangen hat 2019 angefangen. Die Stadt Graz hat einen Open Call gemacht für unser Kulturjahr 2020. Also, die Stadt Graz ist nicht Kulturhauptstadtjahr, sondern hat eine eigene Initiative gegründet, wo sie Architekten, Urbanisten, Künstler, Aktivisten eingeladen haben, völlig unterschiedliche Projekte einzureichen, um sich mit der urbanen Zukunft der Stadt Graz zu beschäftigen. Es hat circa 600 Einreichungen gegeben und rund 90 Projekte wurden ausgewählt, total in unterschiedlichen Größen. Und wir waren bei den Glücklichen dabei und haben den Club Hybrid quasi eingereicht. Bei der Einreichung hat das ganze Ding noch geheißen, das ist ein öffentliches Bedürfnis. Und von dort an haben wir uns dann in erster Linie mal auf Grundstückssuche begeben, wo könnte dieser Club Hybrid, ein offener Demonstrativbau, einen Platz finden, um einen wirklich urbanen Ort, ein Stadtobjekt in die Wege zu leiten. Und das öffentliche Bedürfnis spielt natürlich auch mit den öffentlichen Bedürfnisanstalten mit, weil auch für öffentliche Notwendigkeiten, Bedürfnisse muss man ja mittlerweile häufig bezahlen. Und viel dreht sich bei uns darum, zu sagen, ja, das ist ein öffentlicher Grund, der Körterstadt Graz, der soll weiterhin öffentlicher, gemeinschaftlicher Besitz bleiben. Und wir fügen dem eine gemeinschaftliche Nutzung hinzu. Und der Club Hybrid ist ein gemischtes Ding, das jetzt da steht und schaut, was kann man an Nachbarschaften aktivieren, was können wir an Fragestellungen zur Stadtplanung, zur Stadtentwicklung, hier im Süden von Graz, an der Grenze des Bezirks Buntigam, der nicht Grazan über das Bier, Buntigammer Bier vielleicht bekannt ist. Und Grieß ist als Bezirk quasi unbekannt. Es sind zwei Bezirke der Stadt, die in den letzten Jahren eher stiefmütterchenhaft behandelt wurden. Eigentlich nicht nur in den letzten Jahren, sondern seit eh und je, weil es die Arbeiterbezirke vielleicht der Stadt sind, jetzt Gegenden mit einem hohen Migrationsanteil. Und auch ganz speziell in Buntigam und in Grieß wirklich die Versorgungsbezirke sind. Also es gibt wirklich sehr viel gewerbliche Nutzung, quasi von Kraftwerk angefangen bis Recyclinghof, Zentralfriedhof. Also quasi alles, was die Stadtinfrastruktur zur Verfügung stellen muss, was entsorgt werden muss, ist eigentlich hier in der Nachbarschaft. Und das hat uns natürlich besonders interessiert, weil wir gar nicht innerstädtisch sein wollten und auch nicht in einer total reinen Wohngegend, weil wir ja wissen, ist Wohnen ein extremes Verteuerungsmittel mittlerweile und eben diese Gewerbezone, Infrastruktur ist unserer Meinung nach genau der richtige Ort, um über hybride Nutzungen nachzudenken und auch wie zukünftig eine produktive Stadt funktionieren oder sich etablieren könnte. Ihr bezeichnet den Bezirk auf eurer Webseite als urbane Nebelzone. Was versteht ihr da genau darunter? Die urbane Nebelzone kommt aus einer historisch gegenwärtigen Betrachtung der Stadt, dass es da eigentlich im Winter häufig neblig ist. Im Gegenzug dazu ist es im Norden, wo die Stadt etwas höher ist, nicht neblig. Da kann es sein, dass im Norden die Sonne scheint und im Süden ist die Sichtweite unter 100 Meter. Und die Nebelzone hat noch einen zweiten Hintergrund, weil es ist auch eine Gestankzone ab und zu, weil natürlich Müllentsorgung und ein Schlachthof sich hier in unmittelbarer Nähe befinden und somit stinkt es ab und zu einfach. Und wir sind aber der Meinung, dass diese Geruchsbelästigung über das Jahr verteilt, verkraftbar ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Mur, der Grazer Fluss, der von Norden nach Süden die Stadt durchquert, wo jetzt ein Laufkraftwerk errichtet wurde und dieser südliche Teil, der quasi parallel zu uns sich hinter uns befindet, einer massiven städtischen Aufwertung jetzt unterworfen ist, weil der Fluss um acht Meter höher ist und jetzt, so wie die Donauinsel in Wien oder ich weiß nicht, wie das in Innsbruck mit dem Inn ist, ein städtischer Lebensraum wurde. Und uns freut es einfach da zwischen Gewerbebetrieben, zwischen Hallen, zwischen der Moschee, einer der größten neuen Moscheen in Österreich, uns hier niedergelassen zu haben und hoffen, dass wir da weiter wirtschaften, weiterarbeiten, forschen, experimentieren können und freuen uns über alle Nachnutzungen, die uns da einholen werden. Ja, eben der Begriff Hybrid bezieht sich ja, glaube ich, durchaus auch auf den Kontext, dass da jetzt die Moschee in der Nähe ist, aber natürlich auch das Gebäude selber. Vielleicht beschreibt es aber ganz kurz vielleicht das Funktionsprogramm von dem Gebäude, weil das ja vielleicht doch irgendwo auch ungewöhnlich ist, sage ich in einem gewissen Sinn, dass man da wohnen kann. Das Funktionsprogramm eigentlich ist ein Anliegen, das wirklich nutzungsoffen zu halten, um verschiedene Funktionen drinnen zu haben. So wie auf der urbanistischen Ebene, finden wir auf der architektonischen Ebene, es ist eigentlich wichtig, sich von der Moderne auch ein Stück weit zu verabschieden, quasi diese klare Funktionstrennung und quasi, dass das Leben einfach wesentlich durchmischter geworden ist. Wohnen und Arbeiten ist unserer Meinung nach quasi passiert hinter den gleichen Türen, aber sollte auch im öffentlichen Raum stattfinden. Und jetzt ganz konkret, das Gebäude hier ist immer sehr stark auch mit dem Außenraum gedacht. Quasi wir haben hier das offene Erdgeschoss, quasi wirklich offen mit der Kantine, das ist unser Veranstaltungsraum. Und je nach Bedarf wird halt die ganze Wiese rundherum mitverwendet. Und gleichzeitig ist aber das Gebäude, das drüber steht, der Schatten für diesen Veranstaltungsraum. Also wir haben das Ding dann irgendwie mal den Euroasiatischen Schrein genannt, so quasi, dass das Haus selber zu einem Klimagerät wird, weil eben unter Dach dann immer auch ein Windzug ist, was in Graz natürlich sehr super ist, weil das mit dem Wind nicht so gegeben ist, wie wir gehört haben, mit all diesen Nebelbildungen, gerade in dieser Zone. Und diese aufgeständerte Architektur ermöglicht es im Sommer natürlich auch belüftet zu sein. Warum euroasiatisch? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Euroasiatisch? Na ja, herunten ist es quasi die thailändische Bauweise und oben wird es dann doch etwas alpiner. Also gibt es quasi die Benennung des euroasiatischen Schreins. Und unten aufgeständert, Freiraum, Wirtschaften, Tun, Machen findet man in Asien sehr oft in subtropischen Klimaten, weil man ja draußen lebt. Das tun wir in der Übergangs- und im Sommer da jetzt auch. Und oben geschützter, klimatisierter Bereich, im Winter beheizbar. Uns fehlt zwar noch die Luftwärmepumpe, die haben wir uns ja nicht leisten können. Oben haben wir eigentlich auch nur die Hälfte gebaut, weil uns das Geld auch dafür gefehlt hat. Aber das ist ja, glaube ich, auch Programm. Ihr bezeichnet das Objekt ja auch als Rohbau. Und das habe ich ganz spannend gefunden, dass man jetzt wieder dieses ultimative, tolle Bauwerk oder so Pavillon reinsetzt, sondern dass ihr es selber als Rohbau bezeichnet. Ich glaube, das war jetzt nicht nur aus der Not heraus so, sondern das war schon, glaube ich, auch Programm, oder? Vollkommen. Inwiefern? Wie kann ich mir vielleicht, kann ich mir vorstellen, dass im nächsten Sommer der Rohbau komplett anders aussehen wird? Oder wie ist das zu verstehen? Naja, wir haben letzte Woche quasi die Premiere gehabt für diesen Sommer. Aber natürlich ist die Baustelle nicht abgeschlossen, das Programm ist nicht abgeschlossen und die Nutzung für jetzt und auch für danach ist auch nicht abgeschlossen. Und die ganzen nächsten eineinhalb Monate werden wir intensiv weiter bauen, im direkten und im übertragenen Sinn. Es wird zum Beispiel auf einem Teil des Hauses die Künstlerin Volke Köberling eine Woche hier vor Ort wohnen und dem Haus einen Schafswohl-Bullover stricken. Und quasi, es gibt einfach die Möglichkeit, an allen Ecken und Enden weiter zu bauen. Aber es geht eben keineswegs nur um das Gebäude, sondern auch um das Programm. Und wir sehen dieses ganze Projekt als Initiative, als Starter für eine mögliche urbane Nutzung und wollen eben sehr intensiv daran arbeiten, dass Interessenten aus der Nachbarschaft, aber auch aus der weiteren Nachbarschaft, quasi als Verein oder Genossenschaft sich formieren und dieses Objekt und auch diese Idee weiter betreiben. Insofern trifft sich das sehr gut mit den Roba. Es geht gar nicht um Oberflächen und Fertigstellungsdinge, sondern wir wollten eben auch die rohe Materialität, aber auch diese Nutzungsoffenheit zu den Gästen zum Programm haben. Es hat ja auch was Ansteckendes, wenn so improvisierte Umgebung, die lässt ja vielleicht auch ein bisschen was anderes zu, als wenn alles klinisch perfekt, was mache ich denn da an so einem perfekten Ort? Also, ich habe mir irgendwie das Gefühl, man kann sich leichter ausdrücken, vielleicht die Hemmschwelle geringer. macht es vielleicht noch ein bisschen Werbung für euch, für die Tiroler. Ich hoffe natürlich, dass Pop the Bubble mittlerweile mehr Zuseher hat, als wir allein in Innsbruck und Tirol. Wie lange geht das Sommerprogramm dieses Jahr? Wir sind jetzt einmal so mit unserem intensiven Programm bis 15. August vor Ort und haben jede Woche andere Gäste als Residencies bei uns. Jetzt ist es gerade seit 14 Tagen Akt. Nächste Woche ist es der Franz Kapfer und die Heidi Schatzl, die da arbeiten und wohnen und leben werden. Und so setzt sich dann der Sommer fort. Zum Club Hybrid noch eine kleine Anmerkung. Wenn wir mit den Anrainerinnen so reden, letztens an der MUA ein Gespräch, Club, ja, Club, muss man da Mitglied sein, um dort hingehen zu dürfen. Da tauchen Fragen auf, die haben wir uns vorher noch nie überlegt, dass Club eigentlich fast was Ausschließendes sein kann. Nein, so ist es natürlich nicht. Und wir sind offen, so wie dieses Erdgeschoss offen ist. Und der Hybrid ist für manche Menschen auch eher aus der Automobilindustrie bekannt. Also die Namenswahl aus heutiger Sicht hätte man sich genauso barrierefrei vielleicht vorstellen können, wie unsere im Erdgeschoss sitzende barrierefreie Toilette, unsere Bedürfnisanstalt im Erdgeschoss. Also so Dinge ergeben sich dann halt. Erste Erfahrungen, weil irgendwie diese Vermittlung und die Interaktion zwischen dem Wissen der Architekten und eigentlich unseren Kunden oder den Menschen, die Architektur nutzen, vielleicht auch erlernen sollen, einen anderen Zugang dazu finden. Wie sind da die ersten Erfahrungen jetzt von der ersten Woche? Schafft es ihr, die Nachbarschaft herzubekommen? Oder was ist die Strategie, um das vielleicht noch zu intensivieren? Ich spreche natürlich aus eigener Erfahrung, dass sich oft so Communities auch irgendwo unter sich bleiben. Ja, ich glaube, hier ist vielleicht ein bisschen der Vorteil, dass es ein Gewerbegebiet ist. Und zu den direkten Anrainern und direkten Nachbarn haben wir eigentlich zu allen wirklich schon sehr gute und intensive Kontakte gehabt und haben auch bei der Eröffnung die wirklich ins Programm eingebunden und die Anrainer haben uns auch Leihgaben für die Ausstellung im Werkraum oben gebracht. Heute in der Früh ist der benachbarte Baumarkt rübergekommen und hat uns die Sonnendecks mit dem Hufstapler hin und her geführt und die Moschee auf der anderen Seite wird sich auch im Werkraum oben für Unterricht einmieten, gratis einmieten. Der Spielplatz, glaube ich, da hinten ist ja auch irgendwie teil. Der Spielplatz ist Club Hybrid quasi, wenn du das meinst, die Wiese. Ja, ja, aber das ist ja letztendlich auch was für Kinder, oder? Ja, ja. Ja, natürlich. Heute hatten wir schon, ja, und natürlich am Abend, nachdem es jetzt nirgends Public Viewing gibt, kommen auch die Leute vom Baumarkt und tun hier dann EM schauen. Also es funktioniert schon, natürlich werden uns noch mehr Gäste noch lieber und wir wollen ja nicht nur die unmittelbaren Nachbarn, sondern eben auch quasi Grazer aus dem ganzen Gebiet und natürlich auch sehr gern alle Interessierten aus Innsbruck. Vielleicht abschließend noch einmal, weil es ja, es gibt ja verschiedene Stoßrichtungen, vielleicht in die wir Architekten irgendwo vordringen wollen, wollen wir einfach für unsere Disziplin, für uns als Milieu mehr und mehr Sensibilität gewinnen oder das andere ist natürlich die Baukultur im Zusammenhang mit sozialen, ökologischen Problemen. Steht beides im Fokus oder ist eher das Zweite? Letzten Endes, dass die Baukultur sich in Österreich Schritt für Schritt doch verbessert. Also unser Fokus ist eher auf meins, deins einmal gerichtet, so wem gehört was und wer darf was wie nutzen und das Grundstück da, das der Stadt gehört, hatte halt die herausragende Funktion, dass es keinen Zaun rundherum hat und die Menschen laufen durch und der Bauzaun hat extrem gestört während der intensiven Bauzeit und dass es dahinter auch ein baukulturelles Bewusstsein geben soll, versteht sich eigentlich von selbst und selten haben wir als Planerinnen und Planer die Möglichkeit für alles Initiatoren und Initiatoren zu sein, weil irgendwie wollen wir überall ein bisschen Anteck docken und die Menschen hereinziehen und mitwirken lassen und darüber natürlich auch ein bisschen bestimmen, was in welche Richtung es geht. Das heißt, das Nicht-Kommerzielle liegt uns irgendwie schon sehr am Herzen, aber auch wissend, dass wenn das länger da sein soll, dann muss es irgendeine Form der wirtschaftlichen Basis geben, das heißt, Betriebskosten müssen gesichert werden. Das heißt, es ist auch ein volkswirtschaftliches Experiment und diese extremen, vielen Zusammenhänge sind uns eine Leidenschaft und hoffentlich den anderen auch. Und vielleicht noch, es geht auch wirklich ums Machen und ums Ausprobieren und wir haben gar nicht so total festgesetzte Ziele, sondern wir wollen das jetzt wirklich machen. Wir haben wirklich uns auch sehr bemüht, dass es auch mit Corona dann trotzdem irgendwie passiert und jetzt schauen wir auch ein bisschen, wie es geht. Also ich glaube wirklich, das Experimentieren und das Tun und nicht um den sicheren Hafen etwas zu verlassen und auch nicht alle Normen, sprich alle Dämmungen von vornherein anzubringen, das hat uns natürlich sehr gereizt und quasi das auch ermöglicht, dass wir die gute Laune dabei behalten. Ja, also das ist offene, das passt irgendwie zum Bauplatz, zur Architektur, zu einem Programm. Wenn man irgendwo technisch werden will, dann werden wir irgendwann mal merken, vielleicht ist der Taubpunkt an der falschen Stelle, wenn wir mal da Loch bohren und nachschauen, wo er sitzt. Also auch das Experiment ist auf der einen Seite ein gesellschaftlich soziales und auf der anderen Seite auch ein technisches. Der ganze Stahl... Können Sie einen Fusch am Bau einladen. Ja, gern. Zum Beispiel. Gerne. Der ganze Stahl ist nicht veredelt, er wird rosten, aber er wird uns wahrscheinlich überleben, obwohl er nicht rostgeschützt ist. Ihr habt das zurzeit die Genehmigung für das ganze Jahr, aber es schaut ganz gut aus, glaube ich. Das ist schon ganz schön, weil wir haben eigentlich eine Baubewilligung, ganz ordentlich, wie sich es gehört. Das Gebäude gehört somit momentan uns. Schauen wir, wer es dann haben will. Das Grundstück gehört der Stadt mit einem Baurecht, das wir aber jährlich erneuern müssen. Ist ja aber durchaus auch etwas, was stark diskutiert im Zusammenhang mit Boden. Absolut, ja. Die Bauern auf fremdem Grund und von dem her durchaus auch etwas, das ihr wahrscheinlich thematisieren wird, auch theoretisch, weil ihr habt ja das Aktionistische, ihr habt das Wissenschaftliche, ihr habt das Künstlerische im Programm. Dementsprechend bin ich einfach neugierig, wie es weitergeht und mal schauen, was dann nächstes Jahr, wie es dann da ausschaut. Wir werden jetzt weitermarschieren und eure Gäste von dieser Woche interviewen, das Kollektiv ACT und bedanke mich bei euch, Heidi und Michael und wünsche euch viel Glück. Vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Kommen und viel aufregende Begegnungen mit ACT's Arbeit. Vielen Dank. Wir sind jetzt in einem Installationsbau des Kollektiv ACT's, das diese Woche Architects in Residence hier vor Ort sind. Und ich begrüße die Helene und den Gerhard und würde gleich mal an euch die Frage stellen, ob ihr ganz kurz was über euer Kollektiv berichten könnt, wer seid ihr, was wollt ihr, was macht ihr? Ja, wir sind 15, 20 mitte, junge Architektinnen und Architekten und wir möchten gern abseits der Verwertungslogik Architektur auch machen und hier unser eigenes Experimentierfeld haben, um Architektur zu machen, herzustellen. Ja, gerne vielleicht, möchtest du da noch? Ich glaube, es ist uns vor allem zu Beginn bei der Gründung darin gegangen, sowas wie eine eigene Diskussionsplattform zu schaffen. Wir werden schon wieder attackiert. Eine eigene Diskussionsplattform zu schaffen, gerade auch für Architekten in unserem Alter, sprich, es geht jetzt nicht vordergründig um Vermittlung, sondern wirklich um Formate, wo Austausch und auch Kritik passieren kann. Da sind wir auch in unserer Generation in Wien, die einzigen. Da gibt es auch zum Beispiel das Magazin, das ist auch ganz ein frischer Ausstellungsraum für Architektur in Wien und ich glaube, das geht so etwas Hand in Hand, dass man einfach quasi wirklich zusammen diskutiert, auch diesen Austausch, das war auch am Anfang, wo man das immer agonistisches Kollektiv plant, im Sinne von, dass hier unterschiedliche Positionen aufeinander fallen und eben auch diskutiert werden und nicht als eine Gruppe etwas machen. Und das ist sozusagen jetzt nach zwei Jahren das erste Projekt, wo wir mal gemeinsam haben. Ich glaube, uns geht es vor allem auch darum, nicht nur in, also die Theorie und die Architekturtheorie auch zu erproben, auch natürlich im Gebauten. Und darum bauen wir auch, darum stellen wir auch her, unseren Diskurs nicht nur theoretisch zu führen, sondern diese Theorie auch in einer Art und Praxis zu überführen. In dem Sinne hat, glaube ich, euer Name eine gewisse Doppelmeinung, eine Doppelbedeutung, oder? Genau. Können wir das so sehen? Also es ist auf deiner Seite die Abkürzung für? Wir sind Akt und wir agieren auch und das Gemeinsam Bauen ist auch ein Akt. Genau, das ist die Abkürzung für Architektur, Kultur und Theorie, weil wir immer diese Arbeiten, die wir machen, auch als eine Art gebauter Gedanken und Gedanken zur Architektur, den wir formulieren wollen und dann aber als gebauten Raum zur Diskussion stehen. Ja, und wir sind eigentlich in einem eurer Akte auch, also das nennt sich auch Akt 4, das ist in dem Sinn eure vierte räumliche Intervention, sage ich jetzt einmal. Ja, jetzt werden wir natürlich neugierig, dass er uns ein bisschen darüber aufgeklärt, was die Intention von der Installation ist. Also wir befinden uns ja jetzt bei Akt 4 und Akt 4 heißt auch Akt 4 Gast. Das hat den Hintergrund, dass wir von Küchenfried auf Residency eingeladen wurden und hier auch zu Gast sind, gleichzeitig hier eine Architektur hinstellen, auch gleichzeitig zum Gastgeber werden oder zur Gastgeberin und diese sehr offene Struktur vom Club, auch hier eine bisschen die schlossere Situation, eine Art von Hof, die sie einfach außen noch nicht ist. Ganz erschließt, wie diese Architektur räumlich funktioniert, ergibt also eine Ergänzung zusätzlich zum Club. Also es geht im Grunde kann man darum, diesen sehr stark programmierten Raum oder diesen sehr stark programmierten Gebäude des Club-Kubbriefs sozusagen ein Gegenstück entgegenzustellen, ein völlig unprogrammiertes Gebäude, das aber trotzdem mit architektonischen Mitteln im Zusammenspiel und auch mit der Topografie einen Ort gegenüber schafft und sozusagen gleichzeitig ein Spannungsfeld auf dem Grundstück bezeugt, dass der Club nicht so in der Ecke sitzt, ohne einen an dieser Witzung. Dementsprechend ist der Ausgang der ganzen Installation eigentlich auch wie man das sieht der Ausflug der anfallend ist und wenn man jetzt noch einen Bruchteil davon sieht, wir stehen eigentlich auf einem 1,20 Meter hohen Platteur aus Asphaltplatten, Erde, Betonbrocken die im Zuge der Errichtung vom Club-Kubbrief da angeschüttet worden sind. Und da drumherum haben wir dann um diesen Ort hervortreten zu lassen eigentlich mit ganz simplen, banalen, architektonischen Mitteln der Erhöhung, der Umgrenzung, der Erschließung, gleichzeitig nochmal der Abschottung eines eigenen Bereichs versucht, diesen Ort zu bringen. Und dementsprechend gibt es auch noch Umgänge um diesen inneren Raum, in dem wir uns jetzt gerade befinden und eben auch immer diese Abgänge runter aufs Grundstück. und wie gesagt eigentlich erhöht sein. Und das ist dann quasi so ein unprogrammierter Versammlungsraum, der aber natürlich sehr wohl seine Kniefe hat, weil es uns eigentlich bei vielen unserer Arbeiten immer darum geht, um die Frage, was tut Architektur, wenn sie als gebautes Ding zwischen Menschen gestellt wird, wie verändert sie deren Beziehung zu machen. Und deswegen gibt es auch da jetzt diesen Hügel im Raum, auch wenn das jetzt vermeintlich natürlich ist. Natürlich ist er künstlich aufgeschüttet, der, der, also davon ist man demonstriert, der natürlich auch das Verhältnis der Menschen im Raum zueinander, sobald man sich draufstellt, die völlig verantwortet. Quasi eine Art Versammlungssituation schafft, die zwangsläufig immer in irgendeiner Art und Weise hierarchisch ist und dadurch immer ausverhandelt werden muss. Wer stellt sich rauf, wer muss wieder runter, und so weiter. Also es ist also eine leichte Irritation dieses Versammlungsshaus. Das habe ich nicht gedacht. Ja, ich glaube, das, was ja hier noch, was wir jetzt gerade nicht sehen, aber wir haben ja auch ein Loch in den Zaun geschnitten, ganz unaufgeregt, aber man hat hier eigentlich auch die Möglichkeit, über die Straße rein zu kommen, dann direkt auf den Club zuzugehen oder auch noch die Möglichkeit, hier abzubiegen und in diese Architektur sich einmal zu begeben. Ja, hier gibt es einfach nur so räumliche Situationen mit diesem S-Found, wo wir natürlich auf den Grund hier reagieren, mit dem wir am Barat gearbeitet haben. Und die Gambionen, kannst du da noch was dazu sagen? Die Gambionen als Grundkonstruktion haben einerseits natürlich einen sehr pragmatischen Grund, weil sie ja auch von ihrer Konzeption her, dass der deutsche Begriff, der deutsche Begriff der Gambione ist eigentlich, wie war das, der Schanzkorb, weil das eigentlich ursprünglich so ein militärisches Element war, also das Schweinkorb ist, das entwickelt worden, um möglichst schnell Wände, Blockaden und so weiter zu bauen. Und dementsprechend auch in unserem Fall natürlich, wenn es darum geht, zu 10, zu 12, innerhalb von einer Woche einen Raum, einen umgrenzten Raum zu bauen, ist das natürlich der eine Grund, der so sehr dazu geführt hat. Und das andere ist natürlich, dass es auch so ein klassisches Häuslbauer-Element ist, das man mittlerweile überall kennt und das in der Architektur, sobald man es mit Steinen füllt, mittlerweile fast schon verpönt ist. Und eben im Zusammenspiel mit dieser Idee, jetzt sozusagen das auch weiterverwerten zu können, dann im Anschluss, da sind wir Plan darin, hier steht diese Gabionen auch an die unliebenden Häuslbauer wieder weiterzukaufen, ohne gleichzeitig irgendwie jetzt in der Installation bevorzulaufen, dass die zu stark zu fortprogrammiert sind. Also die ergeben eigentlich eine relativ leichte, leichte Optik und wenn man das, wir haben es mal ausgerechnet, wenn man das zusammenschiebt, das gesamte Metall, diese Gabionen, dann würde im Ende ein Würfel von was wären das, 70 auf 35 auf 14 Zentimeter geschlossene Wandfläche. Also rein Material dann. Also das Gebäude oder mit den Fohlen, das besteht eigentlich zu über 90 Prozent das Licht. Für uns war auch irgendwie wichtig, dass sich der Raum auch nicht sofort erschließt, also wie jemand, der außen steht, der erkennt nicht sofort durch dieses Flirren, das entsteht, durch diese Gabionen, verschiedene Horizontalen, Vertikalen, wie sich das räumlich überhaupt ergibt und ich glaube, man muss halt hier reingehen, um den Raum überhaupt mal zu erkunden und zu sehen, wo komme ich da hin, wo gehe ich rein, wo gehe ich raus, also das Benutzen der Architektur ist hier auch wirklich wichtig, um sie zu verstehen. Von außen, hier gibt es so ein Viererbild eigentlich. Das ist eigentlich das Wesentliche, worum es uns immer geht in den Aktionen, das ist jetzt wie gesagt so eine Vierte, dass es nicht im Sinne einer Ausstellung, einer klassischen Ausstellung jetzt ein Objekt ist, das man betrachtet und das man sich anschaut und wo dann im besten Fall noch ein Text dabei steht und man nicht erklärt, was man sieht, sondern dass sich eigentlich durch den gebauten Raum, erst durch die Benutzung der Raum erschließt und gewisse Prozesse, gewisse Begegnungen auch passieren, ohne dass man es vielleicht wahrnimmt und es eben auch so subtile Verschiebungen eben gibt irgendwie in der Bedingung. Ja. Aber ihr bezeichnet es als Gebäude, wie ihr gerade gehört habt. Es ist Architektur, wir bezeichnen es eigentlich nicht als Installation, sondern für uns ist es wirklich Architektur, wenn auch hier eine sehr temporäre, aber schon. Wir bezeichnen es im Normalfall einfach als gebauten Raum, das künstliche von Menschen, bezeichnen. Es geht schon um die Raumerform, nicht um das Objekt. Okay. Wenn man, dieser Durchgang ist ja vielleicht aber schon noch irgendwo wichtig, um die Interaktion vielleicht noch zu verstärken, dass man auch irgendwie zufällig in das Ganze reinkommt, also dass man nicht sich wirklich schon irgendwie vorbereitet, jetzt gehe ich zu diesem Raum, Installation, Kunst, sondern ihr wollt irgendwie, dass man da ja fast reinfällt oder was sind da die Erwartungen von euch, diese Unbefangenheit, die dadurch vielleicht entsteht oder? Auf alle Fälle. Also auch dieser Zugang so glücklich, dass es eigentlich wie ein Portalbau zum Prophebrit funktioniert und eigentlich nur, wenn man sich entschließt, kurz abzuzweigen, dann in diesen Raum reinkommt, ist es definitiv natürlich auch das Spiel mit der Neugier und den Erwartungshaltungen, weil im Normalfall diese Vorhänge eben geschlossen sind. Dadurch automatisch auch dieser innere Raum und alles, was sich da drinnen befindet, zwangsläufig in irgendeiner Form eine Bedeutungssteigerung im Gegenzug zu allem außerhalb. Super, wir sind da. Da tut sich dann natürlich auch ein Erwartungsspiegelraum auffallen, weil viele Leute werden reingehen und wenn draußen sind sie in den Hügel, dann gehen sie rein und sonst wieder ein Hügel. Aber genau in diese Verschiegelung geht es hier auch. Also was tut das alles drumherum mit diesem Ort und mit diesem Ort? Ich meine, er wird dadurch natürlich auch schwer benutzbar, obwohl er ja dann, obwohl der Hügel ja irgendwie auch Programm ist, in dem er für Hierarchien sorgt und was ja teilweise Räume oder eben vielleicht auch für, wie soll ich sagen, öffentliche Räume mitunter auch als Funktion oft vorsehen, wer steht vorne, wer steht, auf wen blicken alle, wie ist das fokussiert, so im Sinne von auch so ein Panoptikum, eigentlich mit ganz einfachen Mitteln. Was ich ganz interessant empfinde, ist dieses Aufeinandertreffen von dem ganz Zarten des Vorhangs mit dem sehr Technischen in Kombination auch mit der Neonbeleuchtung und dann letzten Endes nicht unbedingt Natur, weil es ja dann doch irgendwie platt getreten ist und dadurch hat es irgendwie, hat es trotzdem was von einem gewissen Bodenbelag, weiß nicht, wie ihr das selber wahrnehmt, dass die Steine dann wirklich so ein bisschen eingearbeitet sind, wie fast irgendwie so wie bei einem Terrazzo oder so, aber natürlich meilenweit auf der anderen Seite entfernt davon. Es ist ja auch das, im Zusammenhang mit so, der Ausflug, es ist ja auch quasi so die Umkehrung des Umgangs mit dem eigentlichen Abfallprodukt, des Club Hybrids, weil ja dieser Ausflug in Wahrheit ist, der Abfall, der wird weg, wird im Normalfall weggesucht und auf eine Deponie geführt und da ist genau das Gegenteil, er wird eigentlich zum zentralen Stück eines neuen Raums. Und gleichzeitig, sobald man auf diesen Hügel drauf tritt, hat man ja dann auch den Blick über den Vorhang drüber, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon ausprobiert hast, um eigentlich wieder so diese Verbindung auch zum Glück zu schaffen. Okay, okay. Also es ging auch schon darum, wo begebe ich mich hin, gehe ich außen rum, gehe ich hoch und dann sofort wieder einen anderen Blick eigentlich aus diesem Raum raus zu ermöglichen. Und das ist natürlich, wie du sagst, es ist gefällig schon darum, dieses Aufeinandertreffen von, sagen wir mal, Präzision. Also es war so die Arbeiten, waren eine Woche lang Hälfte, Hälfte, drei Tage lang wirklich nur Erdarbeit, mit Schaufeln und Waggern und allem. Und dann drei Tage plötzlich ganz präzises Rödeln, Zusammenbauen, Schrauben, Nähen. Und das spürt man, glaube ich, auch, wenn man da ist, dass man diese beiden völlig unterschiedlichen, oder trotzdem irgendwie ergänzenden Bauschritte oder Baufahns. Ja, das kommt auf jeden Fall gut rüber. Und natürlich auch, je nachdem, wie man es jetzt interpretiert, das Thema Bodenfrage ist etwas, das uns auch gerade ganz stark beschäftigt, weil es ja eine weitere Absurdität unserer derzeit in Gesellschaft ist, dass banales Erdreich plötzlich zu Abfall wird. Also, dass man plötzlich Erdreich deponieren muss, das muss man ja schon fast schmunzeln, was wir alles im Stande sind. Und dass man auch, dass das Erdreich dann als Topografie, mehr oder weniger, zum Einsatz kommt. Wir im alpinen Raum wissen, dass jede schiefe Fläche wird in der Bauphase tunlichst vermieden, sondern man versucht immer einzunebenen, zu planieren, auf flache Fläche zu machen. Und hier, obwohl wir hier eigentlich mehr oder weniger schon im Flachland sind, in Graz, wird das eigentlich umgedreht, nicht. Und ja, wer dazu bereit ist, kann da sicher irgendwo zu interessanten Denkprozessen angeregt werden, sage ich mal. Vielen Dank euch zwei. Danke. Schönen Gruß an den Rest der Truppe. Ja. Und jetzt gehen wir Bier trinken. Ja. Und jetzt gehen wir, wobei ich dich auch rollerisch verliehen Untertitelung des ZDF, 2020